Ein schöner gepflegter Rasen. Achtung, nicht, dass ihr über den Schlauch stolpert. Ja, sehr galant. Das gleiche gilt in der Produktion. Nach dem Saubermachen bitte auch den Schlauch aufräumen. Kann der Schlauch nirgendwo sicher aufbewahrt werden? Finden Sie eine Lösung und legen Sie diese in unserem System fest. Stolpern kann man natürlich auch im Büro. Kabel sind gefährlicher, als man denkt. Aber man kann sie auch ordentlich befestigen. Und was, wenn eine Birne ausgewechselt werden muss? Also das ist nicht so praktisch. Mit einer Leiter ist das wesentlich sicherer. Auch in der Produktion geht es immer etwas sicherer. Einfach kurz nachdenken. Das ist schon ziemlich gut. Aber schauen Sie, es geht noch besser. Rollen Sie es rein. So sorgen wir gemeinsam dafür, dass niemand stolpert oder fällt. Sicher auf der Arbeit, sicher nach Hause. Ja. Das ist schon mal. Sopc.